black widow ist ab 8 juli 2021 endlich in den kinos ab 9 juli also einen tag später auch auf disney plus allerdings nur im vip zugang mit zusatzkosten auch für die abonnenten 21,99 extra inzwischen kennt man es ja eigentlich schon die veröffentlichungspolitik ist also nichts neues oder besonderes mehr wer denkt okay kann ich noch mit warten ab 6 oktober 2021 wird das ding auf disney plus frei verfügbar sein der film hat wie eigentlich alle marvel cinematic universe streifen bisher eine freigabe ab 12 jahren und hat eine lauflänge von 135 minuten die haupt story des films spielt zwischen captain america civil war und avengers infinity war und da stellt sich irgendwie die frage ja lohnt dieser film überhaupt hat er eine daseinsberechtigung macht es sinn jetzt noch einen film der zwischen zwei anderen film spielt die schon länger her sind raus zu hauen und ja also die frage werde ich euch im laufe dieses videos natürlich beantworten jetzt aber erst mal zur story des films der film beginnt mit einem prolog mitte der 90er jahre wo wir die junge natascha romanoff und ihre spionage familie kennenlernen nach einer wirklich sehr spannenden und actionreichen ersten viertelstunde zeigt sich schon dass wir hier auch einen sehr dramatischen film erwarten können und den bekommen wir auch tatsächlich geboten natascha romanoff also black widow muss sich ihrer dunklen vergangenheit stellen aus der zeit als sie noch als tödliche spionin für einen skrupellosen auftraggeber tätig war lange bevor sie teil der avengers wurde als sie nach den ereignissen von civil war vor general ross fliehen muss und im untergrund verschwindet holt sie ihre vergangenheit gnadenlos ein und sie hat keine wahl als sich dieser zu stellen ich will auch jetzt hier nicht weiter in die details gehen denn ansonsten laufe ich geförd auch wirklich zu viel über den film zu spoilern das möchte ich natürlich umgehen denn naja egal ich habe jetzt mal die plus und minus punkte raus anfangen tue ich mit den minus punkten und zwar kann man dem film natürlich vorwerfen dass er jetzt um einiges zu spät erst veröffentlicht wurde denn es gibt keine große überraschende wendung die die ereignisse von avengers endgame irgendwie ändern oder entkräften weiterer minuspunkt der test master so cool der auch umgesetzt ist und so cool die action da auch ist ist tatsächlich im großen und ganzen betrachtet etwas eindimensional und dienst wenn man es grob über den kampf scheren will letztendlich nur als kanonenfutter was mir auch so ein bisschen negativ aufgestoßen ist dass so manche kämpfe was dir die black widows es sind ja mehrere in diesem film was dir teilweise so einstecken und abkriegen dass die das so ja so relativ ohne blessuren brüche sonst was das ja so davon kommen also also gedacht so hier und da wäre doch schon mal der eine oder andere bruch drin gewesen ich meine sowas kommt irgendwie auch vor aber die stecken dermaßen viel einer denkt man ja für einen normalen menschen ja alle achtung also das geht ein bisschen zu sehr über den ja das ist ein bisschen sehr unrealistisch obwohl es ja ist eine comic verfilmung aber trotzdem das habe ich so gedacht so ist ein bisschen mega was die so ja einstecken können und ohne da irgendwie mit schlimmeren blessuren davon zu kommen sondern war es auch schon mit meinen minuspunkten kommen direkt zu den pluspunkten des films wir erfahren sehr viel über nataschas background also viele sachen die bis jetzt nur bis jetzt nur so irgendwie ja mal erwähnt wurden kurz oder wir erfahren auf jeden fall einiges über ihre kindheit und wie sie aufgewachsen ist wir erfahren viel über das black widow programm wir erfahren was in budapest passiert ist zu gemeinsam mit 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 hawk reine da haben wir auch schon viel von mehr oder weniger gehört das war so ein mysterium das wird hier auch irgendwie offen gelegt und dient letztendlich auch als großer aufhänger für diesen film hier florence pugh als jelena macht hier einen sehr guten eindruck und ist auch eine gelungene neuerung und ergänzung fürs mcu also mal gucken was da noch auf uns zukommt aber auch dave harber den wir als chief hopper aus stranger things auf jeden fall kennen macht hier als alexei beziehungsweise red guardian einen wirklich guten job und eindruck ebenso wie rachel weiss als melina die zwei sind wirklich sehr sympathische positiv und teilweise auch lustige charaktere in diesem film wo wir schon beim thema sind der humor der ist gelegentlich marvel typisch aber der ist hier irgendwie niemals drüber niemals over the top passt und fühlt sich gut in den film ein und ist einfach ja auch gut dosiert und portioniert der große drahtzieher bzw bösewicht des films ist wirklich mal so ein richtig mieser fieser sack der keine skrupel und gnade kennt also wirklich einer der bösewichte im mcu die ja wirklich hängen bleiben die wirklich sehr sehr gelungen sind also da muss ich sagen hut ab viele bösewichte im mcu waren ja relativ austauschbar oder eindimensional oder blieben nicht lange so im gedächtnis hängen aber der hier der hat wirklich also der ist wirklich mies und das wiederum ist dem film wirklich positiv anzumerken und damit kommen wir auch schon zum fazit des films black widow ist einfach dramatisch spannend hart und kompromisslos hat aber auch viel herz ein wirklich gelungener actionreicher thriller der ja letztendlich natascha romanoffs geschichte komplettiert zu ende erzählt und auch ein bisschen origin zeigt und obwohl der film eigentlich zu spät kommt ist er sehr unterhaltsam und wie ich findest du keiner sekunde irgendwie langweilig der testmaster der wirkt zwar ein bisschen blass und eindimensional wie vorhin schon gesagt habe aber die action mit ihm hier die ist wirklich mega und der haupt antagonist der ist wirklich einer der miesesten die das mcu bislang zu bieten hatte im übrigen gibt es eine post credit scene also wenn der abspann komplett durch ist während des abspanns ist nix ja und zwar ist diese das einzige stück des films das wirklich nach avengers endgame spielt und diese post credit scene stellt eine verbindung zur serie the falcon and the winter soldier her und gleichzeitig auf eine mcu serie die noch nicht erschienen ist aber bereits abgedreht ihr dürft also fleißig raten um welche serie es sich handelt ich bin gespannt wie es weitergeht ich habe diese post credit scene jedenfalls ziemlich abgefeiert ich fand es ziemlich cool irgendwie obwohl sie sehr eigentlich eher dezent war aber dass dies auch jetzt so wirklich so alles wieder dass es diese connections ist das alles dieses was miteinander verbunden ist dass das so weitergeht mega ich freue mich ja black widow ist für mich qualitativ tatsächlich ich habe es vorher nicht erwartet auf höhe von captain america the winter soldier was ja wirklich auch einer der mit besten mcu beiträge bislang ist und ja black widow hat mich restlos begeistert bis auf ein paar kleinigkeiten und bekommen von mir satte fette neun von zehn möglichen punkten daher geht ins kino oder zahlt die zusatzgebühr es lohnt sich wirklich ich fand den streifen wirklich mega 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 geil so das war's für heute ich danke dir fürs einschalten lass mir gerne auch ein abo da ich halte jetzt endlich die klappe und bin raus